Da bin ich wieder und Tja, wir wollten da nochmal schnell, ähm Inventar was nachschauen Aber natürlich nochmal, das Sturmschwerter Obsidian Garde, 43 Nahkampf Und so weiter, schauen wir mal, 40 Nahkampf Ja, gut, nehmen wir das Ist zwar nicht diese geraubte Lebensenergiesache, aber Naja, wir haben mitgekriegt, wir können trotzdem vernichtet werden Von daher, lieber mal lieber Eintrag Mehr rein Und, äh, dafür ein stärkeres Schwert Ist irgendwie auch so ausgleichend, finde ich, so So, ähm, ansonsten haben wir hier Tanzendes, Tanzender Säbel Eine Waffe, Nahkampf Eine seltenere, warantianische Waffe Die hauptsächlich von Duellanten geführt wird Und dementsprechend häufig dem Besitzer wechselt Kombinationsschläge mit dieser Waffe ausgeführt Verursacht 150% des üblichen Schadens Eine Waffe, 230 Nahkampfkraft Ja, das ist sehr gut, so als, ähm, Einhandkämpfer Das ist die Waffe, die wir von den, ähm, wie heißt der nochmal Na, der Mann mit den Augenklappen Mit der Augenklappe Das ist, er hat nur eine Bekommen haben So, wie hier, äh, Dantero, genau so heißt er Das ist auch seine, ähm, Dingsen Seine Armbrust, genau So, was haben wir hier? Seinerische Spangenrüstung 140 Rüstung Unsere hat 120 Rüstung Das haben wir denn alles hier eingesammelt 50 Lebensenergie 30 Ausdauer Ja, ist mehr als die hat 6 Lebensenergie Regeneration 6 Ausdauer Regeneration Hat die auch 4 Nahkampf 5 Nahkampf Ja, die Rüstung ist weitaus stärker Wenn sie sich mal Ja, wunderbar Ja, Leute, wir haben eine neue Waffe Eine neue Rüstung Würde ich mal so sagen Und der Sitterifische Brillenhelm 35 Rüstung 60 Oho 10 Lebensenergie Und 10 Ausdauer Ja, das braucht ein bisschen Moment Ja, Leute Wir haben eine neue Rüstung Neuen Helm Und eine neue Superschlage Waffe Ja, das Ich wusste gar nicht, dass wir das haben Sehr cool So, Kochrezept Wir haben ein Quälerfleisch Dann die Bartachst Und so weiter So, jetzt haben wir noch neue Rezepte Ah, sieht ja nicht gleich viel schöner aus Auf jeden Fall Gut So, was können wir jetzt Neues herstellen? Ähm, ma, ba, 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 ba Herzgeschmiedete Bartachst Eine Waffe, 37 Nichts mehr für uns So, was können wir hier Neues herstellen? Alex Niederes Alex Hier das Heldinmutz Heldinmutz Ich habe aber schon doch Das für die Stehre oder nicht? Ah, Heldenmutz Heldinmutz Niederes Alexier des Heldinmutz Okay Dieses Rezept habe ich zweimal Und das Interessante hierbei ist Dieses Rezept Ist dieses eben Gelernte Sag ich euch mal Ähm, ja Eben Gelernte Alex hier Des Heldinmutz Für die hohe Version Aber, ähm Der hat er nicht gelernt Sondern die falsche hat er gelernt So ein doppelten Mal Ich weiß nicht warum Naja, scheiß drauf So Kaufen wir bischen Mike voller Fleisch Gib uns nämlich genau 40 Lebenssinnig zurück Sehr geiles Teil Ansonsten können wir keine Heilträger mehr herstellen Was ich sehr schade finde Deswegen sehe ich diesen Trank da rein Es war so 23 22 Papaya haben wir hier rein Erstmal Die können wir auch gleich mal verwenden So 4357 Lebensenergie Und gleich schon wieder Level ab Ist das nicht schön? Auf jeden Fall Jetzt wollen wir nochmal die neue Waffe Und Rüstungsteile ausprobieren Nachdem wir uns noch einen schönen Trank reinschmeißen Und uns dann todesmutig Auf die Mike voller hier stürzen Ist das ein Rache oder ist das ein Totes Prügel Meine Fresse Ey, das Ding haut hier so derbst rein Das ist ja Gigantisch So Wir kriegen immer noch mehr Mike voller Fleisch Können wir uns wieder gleich schön an Vorrat an Fleischbraten Das finde ich toll Ansonsten haben wir hier noch einen potenten Mana Trank Ich brauche Heiltränke Leute Kommt hier So Heiltränke So gucke ich mal jetzt hier lang Okay Mike voller Speichert trotzdem nochmal Übrigens Wir haben vergessen zu erwähnen Wir sind schon im besuchten Tempel Wo wir seit Anbeginn des Spiels auch hinwollen Beziehungsweise auch müssen Ja, das ist der Tempel Na, guten Tag Und Das heißt hier wird auch der Sagenwobener Amboss sein Wo wir auch gleich Unsere Super Waffe schmieden können So Gold, Seitenbanagen Exotische Waffen Die Mike voller Amboss Kennen wir schon Koch ist sehr viel grills Mike voller Fleisch Kennen wir auch Wackel und das gefrohene Herz Schauen wir mal Ausrüstung So 20 Leben 12 Nachkampf Ähm Mehr Leben Ja, gut So Aber keine Rüstung Ähm Wo sind die Aktivität geborgen Aus der verschiedenen Tempeln In einem Weißauengebirge Ich weiß nicht so Ob wir das nehmen sollen So Lord Hagen Siegel 30 Rüstung 50 Leben 30 Rüstung Na ja Mehr Rüstung Aber dafür weniger Leben Und 10 Nachkampf Na ja Mehr Nachkampf schon Aber Wirklich Weniger Lebensenergie Ich weiß nicht Ähm Ähm Sind Sind Na ja Die paar Lebensenergie Punkte Okay So 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 Wir hier 20 Leben 12 Nachkampf Ja Ne Ja Das wären halt dann wirklich nur 2 Nachkampf mehr Und ähm Sonst Sachen die wir nicht brauchen So Dann Können wir noch was herstellen Lernen Nein Natürlich nicht Gut So So Das war das So Ist es hier lang Ich glaube Na Grüß dich Kollege Was los So Wo sind wir jetzt gelandet Ach gut Ja Wunderbar Da wären wir genau daraus gekommen Wo wir Eben zuerst lang gegangen sind Das heißt wir können jetzt getrost hier lang gehen Und Jo Wir haben somit auch nix wirkliches verpasst Gut zu wissen Denn jetzt gehen wir jetzt hier hoch Und müssen noch bald am Ende sein Vom gesuchten Amboss So Hier links ist nix Genau Rechts war auch nix Dann Ja Müssen wir jetzt hier lang Ja Danke Das Hab ich auch gerade herausgefunden Oh Das Grollen Klingt nicht gesund Ja Das Finieren Wörtlich Dem Ende Nicht gut What the hell Okay Mein Korder Arbeiter Und Soldat Okay Machen wir den auch gleich Komm Ich denke mal ein gegner noch Da haben wir wieder ein level up So Wischen Papaya Ja Ja So Da geht's lang Aber da auch Ähm Weißt du was Leute Ich gehe wieder rechts erstmal lang Erkunde ich erstmal den Weg Vorher noch einmal 30 Leben 23 Wischen Suppe essen Und die dann hier reintun Ansonsten Was hab ich denn noch an Heiltränk Nix Nur Zwei potente Heiltränke Das ist jetzt nicht ganz so viel Aber Sollte lang So Was haben wir hier Genau Level up Genital So Was sollen wir sonst hier zum Aufsammeln Irgendwie hier Mike Waller Schalen Oh Rotes Erz Dieses Erz wird später noch sehr wichtig sein Denn Mit dem roten Erz Und noch paar andere Materialien Können wir unsere Super Waffe Bzw. unser Meister Gegenstand Und nachher beim Amboss Schmieden Apropos Schmieden Ich schmiede mal meine Talente hier weiter höher Bis wir dann bald meisterhafte kunstvolle Kombinationen drauf haben Bedarf ist noch ein Level So 5 Lebensenergiekraft und 5 Nahkampfkraft Ja Sehr schön So Dann Spice Schauen Ob wir noch mal eine Runde So Wir sind im vergessenen Tempel Gut Dann gucken wir mal Rum Was wir hier so haben Sieht nicht sehr vertrauenserregend hier aus Vor allem hier scheint Irgendwie Was Wo ist es so sein So wie das dann Ja genau Machen wir alle Arbeiter Ja So Immer aufs Maul Au Au Ja schlagt doch zu Warum steht der denn nicht zu Und steht der nur so blöde lang Meine Fresse Gut So Das haben wir auch erledigt Und nochmal wichtiges rotes Erz Damit kann man nicht genug haben So Büschen Unsere Suppe reinschmeißen Und Weiter geht's Ja Ja Aber Wie das ausgeht Erfahrt ihr im nächsten Part Bis dann